Yo Leute, im heutigen Video zeige ich euch jetzt ganz schnell nämlich, wie ihr Sachen im Shop kaufen könnt und es direkt auch einlösen könnt. Da waren nämlich viele Fragen, wie kriege ich meine Thaler, wann kommen die eigentlich an und das zeige ich euch. Ihr müsst dafür nämlich eine kleine Sache erledigen, das ist aber richtig einfach. Und zwar geht ihr natürlich als erstes in den Shop rein, Leute. Dann entscheidet ihr euch, auf welchem Server ihr spielt, zum Beispiel Rot, Gelb oder Blau. Ich nehme jetzt einfach Rot, weil ich auf Server Rot jetzt aktuell bin. Dann drücke ich auf Buy Now, also auf Kaufen. Und das ist jetzt ganz wichtig, Leute. Ihr müsst euch mit 5M einloggen. Das ist aber ganz einfach. Wir haben das sehr einfach gestaltet. Ihr drückt einfach auf Login. Dann wartet ihr kurz ab. Dann loggt ihr euch hier mit euren Daten ein. Das mache ich mal eben. Und dann, Leute, drückt ihr einfach hier auf Continue. Dann wartet ihr kurz wieder ab, damit ihr zurück zum Shop kommt. Und jetzt entscheidet ihr euch. Ihr könnt euch mit Discord einloggen. Dann kriegt ihr die Rolle im Discord. Ist aber nicht notwendig. Aber das könnt ihr machen. Ich empfehle euch das. Einfach hier Login drücken. Und dann müsst ihr hier aussuchen, wie viele Tale ihr kaufen möchtet. Jetzt beispielsweise 150. Fortfahren. Dann drückt ihr hier Checkout, also zur Kasse. Dann füllt ihr hier alle Felder aus. Und dann könnt ihr den Einkauf bezahlen. Und dann müsst ihr aber noch eine Sache erledigen, nachdem ihr das bezahlt habt. Wenn ihr nämlich 5M startet und dieses Fenster zum Beispiel nicht kam, aber ihr gar nicht eingeloggt seid, das seht ihr hier oben rechts, nämlich müsst ihr hier auf Link Account drücken und euch nochmal einloggen mit eurem 5M Account. Und wenn es geklappt hat, Leute, dann sieht das Ganze so schon aus. Und jetzt könnt ihr auf den Server gehen. Und nach 60 Sekunden erhaltet ihr euren Einkauf, Leute. Let's go. Viel Spaß auf Paulberger RP.